Da geht's nirgendwo lang, da geht's auch nirgendwo lang. Gibt's hier noch irgendeinen Weg? Ne, da ist ein Speicherpunkt, okay. Da ist irgendein Ding und... Ja, hm. Können wir mal versuchen, da reinzukommen, da oben, in das Ding. Aber, ja, keine Ahnung, was uns das bringen soll. Naja, mal gucken. Also versuchen wir mal, da reinzukommen. Äh, nicht da rein, sondern, lass mich nach unten, da reinzukommen. Okay, dafür müssen wir jetzt erstmal da wieder lang, in den Rückweg. Äh, der Rückweg war, glaube ich, hier. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß es nicht genau. Es kann auch gut sein, dass wir hier vollkommen falsch sind. Aber, ich glaube eher, wir sind vollkommen falsch. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich bin es irgendwie immer gewohnt, auf Plus zu drücken, um in die Karte zu kommen. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich deswegen, weil es in Metroid... ...Awarem war. Also, wir sind hier auf jeden Fall falsch. Und wieder zurück. Und wieder runter. Und wieder hier lang. Und wieder da rum. Gott, ich hasse Leute, die so sprechen. So. Kann ich hier raufhüpfen? Ja, ich kann hier raufhüpfen. Toll. Bringt mir so viel. Ähm. Das sollte ich mal bei diesem anderen... Wenn ihr hier überhaupt nichts findet, sollte ich mal bei dem anderen Ladedock... Äh, Ladedock? Bei dieser anderen Station versuchen. Was bist du? Hallo. Ich möchte dich scannen. Äh, was machst du hier? Ach so, hier wird jetzt repariert wieder. Repariert. Repariert. Und dich habe ich schon gescannt. Ja, habe ich schon. Aha. Also, können wir jetzt vielleicht wieder irgendwo hin? Aber ist schon cool. Also, du bist auch wieder ein Scanner. Also, ja. Bringt uns das nicht unbedingt viel. Hier ist wieder was Zerschossenes. Toll. Wir sollten sich erstmal um die ganzen Stellen kümmern, die hier alle kaputt gegangen sind. Ähm. Kann ich hier... Ja! Haha. Rätsel gelöst. Und Kartendaten erhalten. Wahrscheinlich. Das sieht zumindest so aus. Und ja, Kartendaten. Kartendaten. Okay, aber anscheinend ist das jetzt auch nicht... Hat uns erst jetzt auch nicht groß was gebracht. Äh. Okay. Ich möchte gerne da runter. Ja. Also, hier kann ich jetzt auch lang. Da sollte ich auch mal lang. Deswegen, weil da gibt es sicher irgendwas. Oder da muss ich sicher auch irgendwie lang. Also, ich muss jetzt hier runter, da durch, da rum, dann hier... Hier rüber, auf die andere Seite. Äh. Ne. Ich muss erstmal da runter. In das Ding. Und da muss ich... In das Teil... Da. Das Ding. Irgendwie. Ne. Achso. Okay. Gut. Dann, ähm... Scann ich hier erstmal diese Dinger. Die bringen irgendwie Coins. Ich weiß nicht wieso. Einfach, weil sie viel Arbeit machen zu scannen wahrscheinlich. Dich scann ich auch. Und... Dich scann ich auch. Und das war's. Die blauen Coins sind... Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich muss irgendwann mal gucken, wie was die wert sind oder was die mir überhaupt bringen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich scheitert man damit. Diese komische Wackelpuppe oder sowas. Diese Wackelkopfpuppe. Dingerns frei. Ach ja. Wie kommen die eigentlich hier hin, bitte sehr, wenn sie hier nicht durch können? Ist sowas von bekloppt irgendwie? Sollten erst mal das hier wieder in Ordnung bringen, bevor sie den ganzen anderen restlichen Kram in Ordnung bringen. Naja, okay. Machen die sich auch zum Morphball oder krabbeln die da lang oder was machen die? Schweißen die da an irgendwelchen komischen Armaturen rum und kümmern sich da nicht um so ein Kram hier. Also, unverständlich. Oh ja, danke. Ähm. Okay. Freundchen, lass mich hier durch. This area is off limits due to repairs. Okay. Ähm. Reparaturen. Aha. Sehr aufschlussreich. Nein, falsch. Nein, auch falsch. Mann, das nervt aber echt immer extrem mit der Kamera hier in Morphball. Das hätte man irgendwie anders lösen müssen, finde ich. Weil man kann ja die Kamera überhaupt nicht steuern. Die ist ja vollkommen, da ist man vollkommen schutzlos ausgeliefert. Und Hier muss ich nicht hin. Wo muss ich ihn hin? Da oben. Du bist gemein. Kann ich dich anquatschen? Good day, Samus. You may want to rethink heading into this section of the facility. The area beyond this door is overrun with spent phase on from the initial block. Aha. Ich, äh. Geh mal kurz. Nein. Okay. Schade. Ich dachte, ich könnte vielleicht mit dem Übermodus hier irgendwas anrichten. Aber ausrichten. Aussetzen. Ausgelassen setzen. Aussetzen lassen. Kann ich hier irgendwie so eine Art Sprung machen? Zurück zum Schiff? Oder geht das nicht? Ne. Ich glaube eher nicht. Ich geh mal kurz da rein und gucke mal, ob man hier irgendwo... Inventar, Einstellung, Datenbank, Typisierung, Forschung. Ne. Okay. Äh. Zurück zum Schiff springen oder sowas gibt es hier anscheinend nicht. So. Darüber und hier unten lang und da durch. Und dann bin ich auch sicher gleich wieder bei dem anderen Deck. Würde ich jetzt mal so vermuten. Lass mich da durch. Blöde Tür. So. Und jetzt da unten sieht man schon auf der Karte da. Da sieht man schon das Deck. Ähm. Also das Landedeck. Haha. Lass mich durch. Danke sehr. Hier ist noch mehr Scheiße. Und da ist noch mehr Scheiße. Und hier müsste ich mein Schiff rufen können. Mit Comment. Weil... Ah. Ich geh... Ich geh irgendwie immer auf den Hypermodus, wenn ich in Commentvisor will. Ja. Danke sehr. Super. Und... Du kommst jetzt mal hier rüber. Danke sehr. Braves Schiff. Hast du vorhin... Hast du vorhin gemacht. Hast du fein gemacht, meine ich natürlich. Aber ich guck trotzdem mich nochmal um hier. Weil ich hab hier ziemlich wenigstens mehr umgeguckt in diesem Bereich. Also da hinten zum Beispiel. Wo das Schiff gerade vorsteht. Da wollte ich mal hin. So. Weil hier gibt es offensichtlich nichts. Ach doch. Ach ja. Geil. Wir haben einfach mal so ein bisschen Container erhalten. Toll. Der war billig. Der war echt billig. Und lass mich da wieder rüber. Au. Das ist mir so schlecht. Super. Hey. Ich hab sogar mittlerweile den Rhythmus raus, in den man drücken muss. Um da relativ weit springen zu können mit. Aber die Invasion wurde offensichtlich zurückgeschlagen. Weil ich meine, jetzt wird doch hier repariert. Wie haben die eigentlich innerhalb von drei Monaten? Das Hingekrieg eigentlich so gut wie nix zu schaffen. Ich speichere und an Bord gehen mal. Also ich speichere mal. Und ich gehe an Bord mal. So herum. Ich gehe mal an Bord. Ja. Ja, wie gesagt. Wir haben jetzt ein Mitten... Ich kann hier wieder nicht sprechen. ein Missile-Container oder Missile-Container besorgt. Deswegen speichere ich immer gerne. Du bringst mir nix. Ich möchte dich gerne anlabern. Folgendes. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da eher weniger. Ach, Mensch. Ich bin so beschränkt wirklich. Ich hab nicht schon Zweifel so am Ende der Intelligenz einfach. Gott. Ja. Also da rauf. Und jetzt wollen wir mal da hinten rauf. So. Und dann gucke ich gleich nochmal, ob man auf den Stern da kann. Aber anscheinend nicht. Da kann ich nicht hin. Da kann ich nicht hin. Ich gehe einfach nochmal... nach... Dornendickicht. Ich weiß nicht, welchen Ort ich jetzt da aufsuche mit, aber... Es wird schon irgendwie richtig sein. Ansonsten muss ich irgendwann mal in... Keine Ahnung. Irgendwo nachgucken, wo es jetzt weitergeht. Aber... Naja. Dann ist das jetzt halt mal eine Session, wo wir einfach nur rumfliegen ein bisschen. Uns diese spannende Filmsequenz angucken hier. Wow. Samus fliegt durch die Gegend. Naja. Ich gucke gleich nochmal, ob man auf diesen Stern da reisen kann. Also zu diesem komischen Ding, was da hinten so geblinkert hat. Aber ich glaube, da kann man nicht hin. Ist einfach zu weit entfernt. Sieht übrigens sehr nice aus, wie die es hier gemacht haben mit diesem Schweifen da. Und hier waren wir schon und hier können wir nicht weiter. Denke ich zumindest. Also vermute ich mal. Ansonsten fliegen wir nochmal zu den beiden Statuen und schauen, was es da so gibt. Wie es da so weitergeht. Mich wundert es total, dass man im ersten Gebiet was ausrichten kann, aber im zweiten und dritten überhaupt nicht. Also damit komme ich jetzt gerade echt nicht klar. Da habe ich echt ein Problem mit, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme. Und... Ah ja. Du willst mich da feiern. Ähm, wisst ihr was, Leute? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Äh, leck mich. Bam, bam, bam. 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 So, okay. Ich hatte jetzt einfach gerade keine Lust. Und das hat jetzt mir so wenig Energie abgezogen, dass ich einfach so mal sage, Scheiß drauf und leck mich. Energietank. Du bist mir nicht so wertvoll. Kann ich dich zerstören? Ja! Haha! Hier geht es weiter. Yay! Cool. Und so beschränkt bin ich doch. Kann ich dich abschießen? Ja, ich kann dich abschießen. Spritzen, abschießen. Äh, abschießen. Natürlich. Äh, ich habe gerade irgendwie, ähm, weil die Dinger da so mit Blut rum um sich spritzen und, äh, ja. Äh, vergiss es einfach. Ähm, dich kann ich auch zerstören. Kann ich dich zerstören? Bam! Yeah! Okay, also ich bin einfach sehr beschränkt und, ähm, ja. Ja, ich habe einen Energietank gefunden. Yeah! Äh, Energietank? Yeah! Unser vierter Energietank. Yay! So, und weiter geht's in den nächsten Raum. Der war auch sehr billig. Also wirklich, die Dinger sind so billig versteckt einfach. Und ich, ich, man muss immer auf diese Kristall-Dinger hier schießen. Schalten wir zumindest so. Ähm, da kann ich nicht lang. Mano. Ähm, ja, man. Leute, ich bin wirklich so beschränkt, echt. Probier natürlich hier erstmal 20 Stunden lang irgendwas anderes rum. Und flieg ewigkeiten lang durch die Gegend. Ich weiß übrigens nicht, was es hier soll. Also, was es hier zu holen geben sein soll. Ich werde jetzt erstmal hier gucken, ob man hier irgendwas scannen kann. Aber es sieht nicht da noch aus. Gab's da oben nicht so ein Ding? Ich verdrehe halt irgendwie total meinen Kopf vor dem Bildschirm. Einfach weil ich... Habe ich dich schon gescannt? Ja, dich habe ich schon gescannt. Du hast irgendwas zum Abschießen. Okay. Ähm. Weil ich einfach irgendwie so bekloppt bin. Äh, ist hier nix noch zum Reinrollen? Oder kann ich hier mal eine Bombe legen davor? Bringt das irgendwas? Nein, bringt gar nix. Okay, ähm. Dann versuche ich jetzt mal, da hinten hoch zu gehen. Also, weil hier kann man ja hoch. Hier kann man rauf. Ah ja. Super. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt total geraten, dass man da drüben rauf kann. Es hätte genauso gut sein können, dass da nur eine sichtbare Wand davor ist. Aber, naja. Probieren geht überstudieren. Hey! Und hier ist irgendwas. Ja, hurra. Es gibt einen Scheiter zum Interagieren. Raus, rein, äh, rum und rein. So. Ich, äh, mach irgendwie mal die falsche Reihenfolge beim Erzählen. Nicht wahr? Und der Dingens ist beendet. Der Energieschild. Toll. Aber hier gibt's noch was zum Scannen. Und, äh, das möchte ich jetzt auch mal gleich so, also so gleich tun. Den kann ich natürlich nicht mehr scannen. Bravo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist ein Piratenlager. Also ein super tolles Piraten. Dingensens. Scheiße. Da unten läuft irgendwas. Da läuft irgendwas. Da läuft irgendwas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte hier gar nicht sein. Ich möchte hier gar nicht sein. Kann ich dich da unten noch scannen? Ja, kann ich. Großer Container der Wettkampf Piraten. Verwirkliche war das schon wieder. Okay, okay. Gut, einfach nur Container. Ähm. Ne, da kann ich nicht lang. Ich sah gerade so aus, als wäre es noch, als wäre noch irgendwas zum Reinlaufen. Aber jetzt wundert mich das auch nicht mehr, dass da diese, dass da diese beiden Großmäuler standen, weil er ganz offensichtlich hier, ähm, schwere Piraten-Infanterie losgeht. Ich gehe direkt in den Hyper-Modus. Ja, ich gehe direkt in den Hyper-Modus. Einfach, weil ich keinen Bock habe. So, du stirbst. Und du bitte auch. Bam. Bam. So, tot. Kann ich noch was abschießen? Ja, da kann ich noch was abschießen. Nein. Ich kann dich nicht abschießen. Ich kann dich nur höchstens. Gleich weg-grappeln. Wupp. Wupp. Und wupp. Bam. Ähm. Und Missiles. Yeah. Ich sollte mal mehr Missiles machen. Ich benutze die gar nicht. Missiles heils. Weil. Ein Dinger ist jetzt ziemlich stark, soweit ich weiß. Und, ähm. Weil. Bei Metroid habe ich dann noch immer. Äh. Kann ich dich nochmal irgendwie. Wupps. Und wupps. Ja. Klar. Ich kann dich natürlich zweimal benutzen. Du wurdest abgeschaltet. Oder was? Hat es jetzt irgendwas gebracht? Ich habe dich jetzt abgelenkt. Oder wie? Und nochmal das gleiche. Bringt das irgendwas, wenn ich das mache? Nee. Offensichtlich nicht. Ähm. Ich bin. Ich bin. Ich bin.